Mahlzeit, meine Damen und Herren, man muss sagen, da ist das Ding oder besser gesagt, da war das Ding. Neues Allzeithoch im DAX, endlich haben wir es geknackt. Man muss nicht mehr sagen, lange Zeit war der DAX in Schlagdistanz. Nein, er hat heute früh ein neues Allzeithoch geknackt und dann aber so ein bisschen die Courage wieder verloren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auf Schlusskursbasis dann auch noch ein neues Allzeithoch sehen. Zurzeit sieht es ja eher wieder so ein bisschen mau aus, aber Vorgaben aus den USA gemischt. Donald Trump hat vielleicht auch wieder ein bisschen rumgezaubert. In Davos am schönsten ist, hat er sich nämlich getroffen mit Ursula von der Leyen. Und dann sind auf einmal wieder Strafzölle ins Spiel gekommen. Er hat gesagt, wir müssen mit der EU einen Deal schließen. Und zu guter Letzt hat er dann gesagt, aber die Gespräche sind ganz gut gelaufen. Also, wie wir ihn kennen, eigentlich hätte ich auch Two-Faces anziehen können. Donald Trump, Strafzölle, wir müssen her. Und auf der anderen Seite, die Gespräche waren gut. Wie soll man daraus schlau werden? Wir wissen es nicht genau. Aber vielleicht haben die Aussagen von Davos, Donald Trump hier, von Donald Trump, die Anleger heute wieder so ein bisschen aufgeschreckt. Es gibt da auch ein paar schlechtere Nachrichten. Gucken wir auf Daimler. Vorläufige Zahlen sind heute rausgekommen. Das EBIT halbiert sich fast von über 11 Milliarden Euro auf 5,6 Milliarden Euro. Also man rechnet sogar noch mit einer weiteren Zusatzbelastung. Wegen der Diesel-Affäre hier können auch noch mal bis zu 1,7 Milliarden Euro ins Spiel kommen. Also von daher schlechte Nachrichten heute für die Daimler-Aktie. Und die ist natürlich heute dann auch Schlusslicht im DAX. Und wir sehen uns, wir nähern uns wieder dieser charttechnischen Marke von 45 Euro. Ab da wird es dann ein bisschen heikel für die Aktie. Müssen wir mal abwarten, wie die Anleger jetzt diese Gewinnwarnung, muss man ja schon fast sagen, verdauen. In Finian gibt es gute Neuigkeiten. ASML hat seinen Ausblick geliefert, ist gut. IBM hat gestern auch gute Zahlen geliefert, minimal drüber und mal wieder was Positives. Also von daher in Finian auch so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, diese Woche gibt es viele Neuigkeiten und da muss man drauf gucken. Texas Instruments kommt auch noch, also von daher und Intel auch. Also von daher müssen wir jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Die ersten Anzeichen waren positiv und es könnte auch gut mit der Aktie weitergehen. Also wir sind über 20 Euro und da werden wir auch wohl noch eine Zeit lang bleiben. Münchner Rück, da gibt es auch einen Artikel. Wir wissen ja, dass sie schon während des laufenden Geschäftsjahres ein bisschen an der Prognose nach oben hingeschraubt haben. Jetzt gibt es einen Bericht im Handelsblatt, wonach man in den kommenden Jahren auch die Marke von 3 Milliarden beim Gewinn knacken möchte. Ist vom Unternehmen noch nicht bestätigt. Sind mal wieder diese mit der Sache vertrauten Personen, die es gemunkelt haben. Kommt der Aktie heute auch gut zu, oder steht der Aktie heute gut zu Gesicht. Wir sehen es auch hier. Die Aktie ist gut gelaufen zuletzt und die Nachrichten bleiben positiv. Und von daher, wer dabei ist, muss sich nicht grämen, sondern darf sich freuen und bleibt natürlich auch dabei. Wer einsteigen muss, ähnliches gilt da wie für Adidas und da sehen wir nämlich jetzt gleich auch bei den Tops und Flops. Adidas wieder im Plus, 1,09%, 314 Euro. Also auch hier haben wir ein neues Allzeithoch mal wieder heute aufs Parkett gezaubert. Wer die Aktie hat, darf sich freuen. Wer sie nicht hat, der guckt einfach nochmal in unsere Zertifikate-Sendung vom Wochenende rein. Da haben wir über Adidas gesprochen. Wir machen ja jetzt einen DAX-Check, wo wir über alle 30 DAX-Titel reden. Haben uns ein bisschen verplappert, haben gesagt, nach Adidas kommt Bayer. Aber nein, wir haben die Allianz vergessen. Die ist der nächste Wert, die wir nehmen. Und dann sehen wir, deutsche Börse, Infineon haben wir darüber gesprochen, Münchner Rück auch. RWE wissen wir auch, wie der Hase läuft. Daimler ist klar. Natürlich die Autowerte heute ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch die schlechten Nachrichten eben von Daimler. Fresenius ist zuletzt gut gelaufen, er holt sich heute ein bisschen. Er holt sich, sage ich, fällt ein bisschen zurück. BASF und Bayer auch ohne Nachrichten, sind aber zuletzt aufgrund ganz guter Nachrichten auch gut angezogen. Also die Anleger nehmen vielleicht wieder ein bisschen Risiko raus. Hier bei den Aktien umgehen wir wieder auf die Werte, die laufen, weil wir ein neues Allzeithoch gesehen haben. Warta, da müssen wir auch drüber reden, ist bei uns auf der Watchlist. Heute geht es wieder 4,41% nach unten. Warum? Die Commerzbank senkt den Daumen nochmal tiefer. Sie hatten ja erst das Kursziel ein bisschen gesenkt, aber die Einschätzung behalten belassen. Heute geht es noch eine Etappe runter. Heute kommt die Einstufung verkaufen und ein Kursziel von 82 Euro. Da sind wir so ein bisschen in der Nähe. Das setzt der Aktie heute wieder zu. Wir haben sie nur auf der Watchlist und wir warten auch noch ein bisschen ab. Also für den Einstieg sehen wir, hätte es hier auch nicht so doll gelohnt, wenn wir da unten reingegangen wären. Ist ja auch immer schwierig, den optimalen Zeitpunkt zu finden. Von daher bleiben wir erstmal außen vor und haben die Aktie auf der Watchlist. K plus S ist heute unsere Zwiebel des Tages. Bank of America hat die Aktie wieder aufgenommen in seine Analysen und hat eine haarsträubende Analyse dann auch rausgelassen. Verkaufen, Kursziel 4,20 Euro. Also von daher sehen wir, hier geht es weiter, weiter abwärts. Das ist ja auch so eine Aktie, wo man seit Jahren darauf wartet, wann kommen die endlich wieder aus dem Quark, wann kommt der Turnaround, wann geht es hier wieder bergauf. Und ich muss sagen, wer darauf bislang spekuliert hat, der hat falsch spekuliert. Und von daher gilt auch nach wie vor hier die Devise, erstmal Finger weg von der Aktie. Ja, da müssen wir über mein persönliches Desaster reden. Das ist der Xetra-Kurs, aber trotzdem, gestern, gucken wir mal auf den Nesta-Kurs von gestern drauf, Vanessa. Und dann sehen wir, ich war ja Short gegangen und eine herbe Enttäuschung. Also der Trade ist völlig in die Hose gegangen. Kann nicht jeder aufgeben. Gestern 7,18% im Plus die Aktie. Nichts war es mit, wir fallen unter 500 Euro und die Shorties fallen. Es gab zum einen diese Petition, da hatten wir schon drüber gesprochen, man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Eine Petition dagegen, dass die Verkehrsbehörden in den USA Vorfälle untersuchen sollen. Und der Sparks heißt da, hat dann gesagt, das liegt mir alles so am Herzen von diesen persönlichen Fällen und alles. Also da hat man irgendwo schon dran gemerkt, das ist irgendwie, Short-Seller versucht mal wieder sein Glück. Und von daher muss man sagen, Tesla hat auch sofort widersprochen, hat gesagt, an den ganzen Vorfällen ist nichts dran. Und auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, ja, das alles ist vom Short-Seller auf den Weg gebracht worden, na klar. Und dann gab es von Newstreet Research noch eine Analyse, die hat der Aktie dann auch nochmal ordentlich auf die Sprünge geholfen. Kursziel kurzfristig 800 US-Dollar, langfristig bis 2020, 25, so rum sehen Sie ein Kursziel zwischen 1100 Dollar und 1700 Dollar. Das hat natürlich die Aktie weiter nach oben getrieben. Wir sehen es hier, damit ist in Newstreet Research auch klar der größte Bulle unter allen Analysehäusern, die Tesla auf dem Schirm haben. Aber natürlich hat das der Aktie geholfen und wir gehen gleich, wenn wir ins Musterdepot gucken, dann auch mit Vanessa aus der Spekulation raus, beißen in den sauren Apfel und müssen dann tatsächlich sagen, da haben wir komplett falsch daneben gelegen und deswegen müssen wir da einfach raus. Auf der anderen Seite haben wir auch hier den Trade-Cat-Kurs, wir müssen aber auch nochmal auf den Nasdaq-Kurs gucken. Denn gestern ist ohne Nachricht, ohne alles Beyond Meat einfach mal eben 18,38% durch die Decke gegangen. Dadurch habe ich ein bisschen Glück in meinem Musterdepot gehabt, nämlich die Verluste, die Tesla eingefahren hat, hat an dem Tag Beyond Meat einfach eben mal schnell ausgeglichen. Und da sehen wir auch, wie gefährlich es ist, wenn man sich die einzelnen Positionen im Depot nicht anguckt. Unterm Strich haben wir mit dem Depot gestern nämlich noch einen kleinen Gewinn gemacht und da fällt vielleicht auch manchmal so unterm Strich durch, dass wir eigentlich bei Tesla völlig daneben gelegen haben. Und dann ist man natürlich versucht, die Position auch noch weiterzufahren. Nell, müssen wir auch darüber reden, die Aktie ist gestern ein bisschen zurückgekommen, heute erholt sie sich wieder ein bisschen. Die Wasserstoffwerte haben zuletzt alle ein paar ein bisschen was auf den Deckel bekommen. Wir reden ja hier auch immer darüber, vielleicht ist das auch ganz gut, vielleicht war das so eine kleine Korrektur, eine Konsolidierung innerhalb der Werte, ordentlich verloren hat auch Nell. Die sind auch wieder ein Stück zurückgekommen, wir sehen es da, aber sie ist weiterhin über 1 Euro, wenn wir jetzt auf den Eurokurs gucken, hat er ja in der Heimatbörse in Oslo ein neues Allzeithoch generiert, kommt jetzt ein Stück zurück, ist ja auch ganz normal, sehen wir auch heute im DAX, also von daher ist da nichts angebrannt. Powercell und die ganzen anderen Werte haben gestern noch stärker 1 auf die Mütze bekommen, auch alles eigentlich ohne so richtige Nachricht dahinter, also von daher, es ist nicht verkehrt, lassen Sie sich davon auch nicht nervös machen, solange es keinen richtigen Erdrutsch gibt, setzen Sie sich im Kopf einen Stoppkurs, wo Sie sagen, hier den Gewinn will ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn die Aktie dann da drunter geht, dann eventuell mal die Reißleine ziehen, aber die Aussichten bleiben trotzdem ganz gut, wir haben ja gestern auch über den Hydrogen Council hier gesprochen, wo die ganzen Großen drin sind, also natürlich geht das alles weiter, Nell hat auch jetzt gesagt, die Auftragsbücher sind pickepacke voll und mal gucken, die Zahlen kommen jetzt demnächst, also man hat auch schon eine Kapitalerhöhung, genau, das habe ich vergessen, Nell, deswegen ist der Kurs auch ein Stück zurückgekommen, hat eine Kapitalerhöhung durchgezogen, die haben den ganzen Anstieg hier mal eben genutzt und haben sich frisches Kapital geholt, 82 Millionen Euro, die jetzt weiter investiert werden sollen ins Geschäft, in den Ausbau der Aktivitäten, die Auftragsbücher sind pickepacke voll und der Vorstand hat dabei so ein bisschen auch angedeutet, dass man beim Umsatz im vierten Quartal deutlich über den Vorjahreswert liegt, also müssen wir mal gucken, was da rauskommt, aber wir sehen es auch, die Kapitalerhöhung hier im Kurs wird eigentlich ganz gut verdaut, normalerweise sind das ja so Dinge, wo man sagt, okay, da gehen wir ein bisschen raus, aber es ist zu 9,60, 9,60, norwegische Kronen, 60 ist sie reingekommen, also auch nicht so weit unter Kurs, also der Abschlag war nicht ganz hoch, da sieht man auch, dass die Investoren noch viel Vertrauen in Nell haben, also von daher müssen wir uns da jetzt auch keine Gedanken machen. Netflix ist dann wieder so eine Aktie, nachbörslich ist sie auch ein Plus, also man muss gucken, die Zahlen kamen gestern, natürlich, wenn man auf die Zahlen guckt, haben sie schon mal hervorragende Ergebnisse geliefert, wenn man auf den Heimatmarkt guckt, dann sind sie unter den Erwartungen geblieben, wenn man auf den Gesamtmarkt guckt, dann lagen sie wieder über den Erwartungen, also von daher alles gemischt, man kann sich schönreden, wie man will, die einen sagen, oh, Netflix ist auch total überbewertet, muss man shorten, bei Tesla haben wir gesehen, Shorties haben aktuell einen schweren Stand, man kann wirklich nicht so darauf spekulieren, normalerweise müsste man sagen, okay, Walt Disney hat sich bemerkbar gemacht auf dem Heimatmarkt, wenn man auf die Prognosen fürs erste Quartal guckt, muss man auch sagen, hm, da rudert man auch ein Stück weit zurück, also die Konkurrenz von Apple und Disney Plus macht sich bemerkbar und man muss ja auch sagen, gut, weltweit sind jetzt die Abonnentenzahlen noch gewachsen, aber Walt Disney ist erst auf dem kleinen Markt und kommt erst im März auf die nächsten Märkte, zum Beispiel auch in Deutschland, jetzt am 24. März startet Disney Plus in Deutschland und da muss man vielleicht auch mal gucken, da haben wir das erste Quartal auch noch nicht denkt, vielleicht dann ab dem zweiten Quartal, wie es sich bei Netflix auswirkt, aber wir sehen es auch hier, auch hier, wer Short gegangen ist, der wäre auf die Nase gefallen und vor allen Dingen, die Aktie liegt nachbörslich jetzt auch im Plus um die 1,6%, also von daher werden die Zahlen positiv aufgenommen. Musterdepot, wir haben es gerade gesprochen, wir müssen drauf gucken, Beyond Meat sehen wir hier, haben wir einen Decken, da setzen wir uns auch so ein kleines, so eine kleine Grenze, um die 110 Euro US-Dollar machen wir hier unseren persönlichen Stoppkurs, das ist der Gewinn, den wir hier in der Position mitnehmen wollen und Vanessa, wir beide müssen jetzt hier natürlich runtergehen und müssen in den sauren Apfel beißen, wir gehen da drauf, wir machen Bestand reduzieren, komplett und wir sehen es, 200 Stück, wir verkaufen es und raus, Spesen machen wir halt jetzt nicht, weil wir unterschiedliche Spesen haben, da muss ja jeder sich seine Spesen selber rein rechnen, hätten wir jetzt 5 Euro nehmen können, aber Position ist raus, wenn Sie auf Verkäufe gehen, dann können Sie sehen, was wir auch so gemacht haben, dann sehen Sie, dass wir Biontech mit einem Plus von fast 30% verkauft haben und dass wir den Turboschein jetzt mit einem Minus von 45%, sprich 944 Euro aus dem Depot rausgeschmissen haben. Gucken wir dann nochmal auf die Watchlist drauf und dann sehen wir, dass wir hier bei Vivoy in Therapeutics, haben wir ja gar schon drüber gesprochen und da sind wir auch zu Hause, da habe ich mal eine kleine Grafik mitgebracht, die haben zum Beispiel eine Übersicht, wie die Pipeline bei Ihnen ist, wie die Entwicklung ist, in welchen Stufen Sie sind, wir sehen hier in Phase 1, haben Sie ein Medikament, der Unterschied so ein bisschen zu Biontech ist, die machen nicht so ganz die individuelle Krebstherapie, Biontech sagt ja, wir machen für jeden einzelnen Krebspatient eine eigene Therapiemöglichkeit, weil jeder unterschiedlich darauf reagiert. Die sind in einem ähnlichen Bereich drin mit Proteinen, wo die sagen, okay, wir haben Proteine, die sich im Körper die Krebszellen suchen und die dann eben zerstören und hier sehen wir eben, da haben Sie eine schöne Übersicht auf Ihrer Seite, wo man sehen kann, in welcher Phase sich die einzelnen Medikamentenkandidaten befinden. Also wir sehen es ja auch hier, BBBiotech ist in einer sehr frühen Phase mit an Bord gegangen, aber die Aussichten eben bei dieser Krebstherapie oder bei dieser Krebsbehandlungsmethode, die bieten halt noch viel Fantasie, aber auch BBBiotech hat eine Beteiligung nur von 0,5%, ist eine sehr kleine im Depot. Dann haben wir hier noch einen Chart von K&S, das ist nämlich unsere Zwiebel des Tages, aber da haben wir schon drüber gesprochen, ne, hat die Vanessa einen Chart zu viel reingemacht und mich in das Licht geführt, ne, und jetzt stehe ich hier doof da und die sitzt da und grinst sich wieder ein, ne, meine Damen und Herren, das war Mahlzeit für heute, Dankeschön, dass Sie uns zugeschaut haben, hör auf zu lachen und wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Ausgabe, bis dahin, macht es gut.